Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video möchten wir euch 3 4K Drohnen vorstellen, die wir für euch herausgesucht haben. Wie immer stellen wir euch zuerst unseren Vergleichssieger vor, welcher unserer Meinung nach das beste Modell ist und geben euch anschließend noch die besten Alternativen für den geringsten Preis, sowie das beste Premium-Modell. Hier sollte also für jeden das passende Modell dabei sein. Viel Spaß beim Video, alle Produkte haben wir für euch unten in der Videobeschreibung nochmals verlinkt. Als erstes in unserem Vergleich möchten wir euch unseren Preis-Leistungssieger vorstellen, hier haben wir uns für den DJI Mini 3 Pro entschieden. Mit einem Gewicht von 249 Gramm benötigt die Mini 3 Pro in den meisten Ländern keine Registrierung. Das faltbare und kompakte Design macht es auch einfach, sie bei jedem Abenteuer mitzunehmen. Nimm deine Welt mit 4K mit 60 Frames pro Sekunde Videos und 48 Megapixel Fotos in atemberaubenden Details auf. Das Kamerasystem unterstützt Duo Native ISO und eine f1.7 Blende für hochwertige Bilder bei Tag und Nacht. Die neue DJI Mini 3 Pro bietet echte vertikale Aufnahmen für Porträts, ideal für Social Media. Der Gimbal dreht sich um 90 Grad sodass du keine Kompromisse bei der Bildqualität eingehen musst. Genieß eine verlängerte Flugzeit von bis zu 34 Minuten, damit hast du mehr Zeit für Erkundungen und Aufnahmen. Die DJI Mini 3 Pro verfügt über eine Hindernisvermeidung in drei Richtungen und APAS 4.0, was ganz neue Sicherheitsstandards in der Miniserie einführt. Die DJI Mini 3 Pro bietet eine umfangreiche Palette intelligenter Funktionen, darunter Fokustrack, echte vertikale Aufnahmen, Master Shots, Zeitraffer, Quicktransfer und mehr. Mit dabei ist eine DJI RC N1 Fernsteuerung, damit du mit leichtem Gepäck deine Kreativität genießen kannst. Mehr Infos über den DJI Mini 3 Pro findet ihr unter dem ersten Link in der Videobeschreibung. Nachdem wir euch unseren Preis-Leistungssieger vorgestellt haben möchten wir euch unser günstigstes Modell im Vergleich vorstellen. Hier haben wir uns für den RUKO F11G IM2 entschieden. Die Drohne kann 4K Bilder und Videos zur Verfügung stellen und ein flüssiges und klares Bildinhalt liefern. Mit dieser Funktion können Sie das Objekt oder den Punkt auswählen den Sie möchten und das innerhalb eines Radius von 100 Metern, die Drohne kann einen 360-Grad-Flug durchführen, so dass Sie die Ansicht in einem vollen Kreis aufzeichnen können. Mit einem GPS-Signal kann die F11G IM2 Drohne die Folge-Mir-Funktion ausführen, wenn Sie diese Funktion aktivieren. Mit dieser Funktion können Sie die Flugroute innerhalb eines Radius von 150 Meter planen und 16 Flugpunkte auf der Karte planen. Nach der Einstellung fliegt die Drohne entsprechend der geplanten Route. Mit der verbesserten 5G-Übertragung kann das flüssige Live-Video ohne Unterbrechung übertragen werden, selbst wenn die Drohne weit bis außerhalb ihrer Sicht fliegt, die Übertragungsdistanz erreicht 3000 Meter und die Drohne unterstützt Single-Band und Duo-Band-Telefon. Die automatische Rückkehrfunktion der Drohne wird in einem der folgenden Situationen ausgelöst. Bei schwacher Batterie, verlorener Verbindung und bei einem Befehl zur Rückkehr. Auch ohne App oder Fernbedienung kann die Drohne ihre Geste schnell erfassen und ihre kurzen, aber glücklichen und kostbaren Momente sammeln. F11 G-i M2 widersteht Wind der Stufe 6 und startet in einer maximalen Höhe von 120 m. Mit bürstenlosem Motor sind ihre Aufnahmen auch beim Fliegen entlang einer windigen Küste stabil und bieten einen sanfteren, leiseren Flug für mehr Sicherheit. Mehr Infos über den RUKO F11 G-i M2 findet ihr unter dem zweiten Link in der Videobeschreibung. Nachdem wir uns unseren Preis-Leistungs-Sieger und unser günstigstes Modell im Vergleich angesehen haben, möchten wir euch unser Top-Modell vorstellen. Hier haben wir uns den Power Vision Power Egg X rausgesucht. Die Power Egg X Allwetter ist eine leistungsstarke, wetterfeste Drohne, die das Fliegen und Filmen bei schlechtem Wetter für Fotografen, Outdoor-Enthusiasten, Reisende und mehr ermöglicht. Das wasserdichte Gehäuse bietet ultimativen Schutz für Power Egg X beim Fliegen, bei starkem Regen oder bei extremen Outdoor-Aktivitäten. Ausgestattet mit einem 4K 60fps OHD-Camcorder produziert der Power Egg X Videos in professioneller Qualität und beeindruckende 12-Megapixel-Bilder. Darüber hinaus ermöglicht die patentierte SY-NC-Voice-Technologie von Power Vision Benutzern die Erzählung in Echtzeit durch die Verwendung des Mikrofons ihres Handys oder eines drahtlosen Kopfhörers. Die Erzählung wird dann automatisch mit dem Filmmaterial synchronisiert, wodurch eine lautlose Luftfotografie effektiv beendet wird. Das Power Egg X kann auch als AI-Kamera verwendet werden, wenn es an einem Stativ befestigt wird, oder als Handheld-Gimbal-Kamera verwendet wird, wenn die Handschlaufe installiert ist. Die Fähigkeit des AI-Algorithmus und Robotik-Technologie des Geräts ermöglicht Gesichtserkennung, Tiefenlernung und ein Tracking-Feld von bis zu 170 Grad. Der 3-Achsen-Kardanstab filtert effizient Vibrationen und erzeugt ein gleichmäßiges Filmmaterial. Mehr Infos über den Power Vision Power Egg X findet ihr unter dem dritten Link in der Videobeschreibung. Das war unser kleiner Vergleich der 3 4K-Drohnen, die wir für euch rausgesucht haben. Wir hoffen auch für euch ist hier etwas mit dabei. Bei Fragen oder Anmerkungen würden wir uns über ein kleines Feedback eurerseits sehr freuen. Wenn euch das Video gefallen hat gibt uns gern ein Like und abonniert uns wenn ihr kein weiteres Vergleichsvideo mehr verpassen wollt. haltet. auch